Es sieht doch eigentlich herrlich aus, was wir aktuell sehen. Die Indizes in bester Laune. Der DAX heute mit einem Gap ja schon aufgemacht. Das Ganze noch ein bisschen ausgebaut. Gut, jetzt schwächelt er etwas, aber da wollen wir nicht stinkig sein. Denn der Markt hat es im Moment in der richtigen Richtung, zumindest mal aus Sicht der Bullen. Tatsächlich sieht das Bild ganz gut aus und wir nähern uns langsam einer Marke, die ich an dem übergeordneten Video schon ein bisschen herausgestellt hatte, für den DAX zumindest mal. Das Hoch vom 4. Mai, das wird für die längerfristigen, wie gesagt, das will ich hier jetzt nicht breittreten in diesem Video, schaut euch das entsprechende an und dann seht ihr nochmal, wohin das Ganze im Großen eventuell nochmal führt. Aber diese Marke wird nicht ganz unrelevant sein. Die Aufwärtsbewegung also hier noch klar ersichtlich. Jetzt im Moment geht der Kurs runter und naja, runter, das darf er natürlich immer mal wieder. Das hat er ja hier auch gezeigt, hier so auf diesem Teilstück hier von mir aus irgendwie sowas. Das darf auch ein bisschen größer sein. Immer so, wenn ihr so eine starke Bewegung habt, irgendwas, was hier so in diese Hälfte da reinfällt, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ist ja sowieso eher unauffällig. Also etwas, wo man nicht jetzt wirklich Sorge haben muss, das wäre ja noch völlig okay. Idealerweise ist es immer möglichst wenig überlappend. Erst wenn es da drunter geht, ist es vielleicht eine größere Nummer und dann wäre das hier die nächste Zielmarke. Ich mache das mal eine Stufe größer, ich mache es richtig groß für euch, damit ihr es besser erkennen könnt. Also die Überlegung ist die Frage, auch wenn das nicht so richtig schön ist hier. Aber dass wir hier eine Pause hatten, zack, hier eine Pause hatten, das. Nehmen wir mal an, die Aufwärtsbewegung ist vorläufig zu Ende. Das positivste Bild wäre, wenn wir hier hinkommen, das ist ungefähr beim Index hier die 14.000er Marke. Ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Die kann man auch schicker messen, als ich das jetzt gemacht habe, macht Fibonacci, legt das hier mal so an. Dann wüsst ihr, das wäre das positivste Bild. Dann wüsstet ihr, das wäre hier quasi ein Rücksetzer auf diesen Anstieg. Wenn der Kurs anschließend sich weiter nach oben entwickelt, dann sind wir im Großen noch auf dem Weg nach oben unterwegs. Das nächste größere Bild wäre, dass wir diese Bewegung hier quasi in Abschluss haben. Das heißt, dieser Fünfweller ist zu Ende. Dann gilt natürlich die Zeichnung quasi vom tiefsten Punkt hier bis zum höchsten Punkt hier. Und dann läge die Kiste, jetzt wird es verwirrend, ich mache es ein bisschen versetzt, dann läge die Kiste quasi hier. Ebenfalls 38, 50, 61, 8. Das heißt, das ist ein gutes Beispiel, weil ich so häufig Feedback kriege. Ja, du bist ja nicht mehr in der Lage, mir zu sagen, ob der Kurs nur hierhin geht oder dahin. Ich muss euch sagen, ich bin nicht mehr in der Lage, um euch zu sagen, dass der Kurs überhaupt dahin geht. Das ist etwas, was viele falsch annehmen, dass man sagt, ja, die Chart-Technik, die wird doch jetzt mir nicht sagen können. Oder einige erwarten das. Die wird mir doch jetzt sagen können, was als nächstes passiert. Nee, das ist eigentlich genau nicht das, was Chart-Technik kann. Keine Wahrsagerei. Ich wiederhole das immer wieder. Weil doch Leute reinseppen mal in so einen Beitrag und sagen, wollen wir doch mal gucken, ob das hier alles so funktioniert. Und ob er mir die Zukunft vorhersagen kann, kann ich nicht. Kann ich euch jetzt schon garantieren. Was ich allerdings weiß ist, wenn der Rücksetzer in diesen Bereich hier reinfällt und danach dreht, bezieht sich das eher auf diese Bewegung, die Korrektur. Das heißt, die große Korrektur steht dann später noch an. Das heißt, dann wäre es, nehmen wir mal an, es würde sich so entwickeln, davon später noch auszugehen, dass der Kurs dann nochmal so weit runter kommt. Also hier kann man also durchaus was draus machen. Nämlich, dass man sagt, wenn wir hier an den Stellen einen Dreh bekommen, das heißt eine starke aufwärts, wackele ich wieder abwärts, kann ich long gehen. Umgekehrt komme ich in diesen Bereich rein, wackele eher nur hoch, dann gehe ich short. Also das Prinzip, was ist die starke, was ist die schwache Seite, das bleibt hier natürlich bestehen. Fällt der Kurs aber tatsächlich sogar in diesen Bereich rein, ist das immer noch nicht schlimm. Und das ist die gute Nachricht, 13.900, selbst 13.700 würde mich aus bullischer Sicht noch nicht nervös machen. Warum nicht? Weil es eine ganz normale Korrektur ist, dann allerdings nicht mehr eine Korrektur dieser Bewegung, sondern eine Korrektur dieser Bewegung. Und das ist ja ebenfalls nicht schlimm, denn wir wissen, dass auch längere Bewegungen mal eine größere Korrektur brauchen, anschließend nach der Korrektur dann allerdings die Fortsetzung nach oben sehen. Also ihr seht, das sind alles Bestätigungen. Und jetzt machen wir das Bild wieder klein und gucken uns das in der Gesamtschau an. Wir haben ja gesagt, wenn er hier durchgeht, dann ist die Chance relativ groß, Schub hoch, wackele ich runter, dass wir das, was wir vorne haben, hinten nochmal bekommen, irgendwie sowas in der Richtung. Das passt aber doch mit diesem Bild durchaus überein. Das heißt, ein Rücksetzer bis hier runter würde mir nicht nur eine Bestätigung auch für dieses Bild, nämlich dass die Aufwärtsseite stark, die Abwärtsseite dann ja korrektiv ist, sondern sie böte mir ebenfalls einen günstigeren Einstiegskurs. Ich müsste dann nämlich gar nicht warten auf das Hoch vom 5. oder 4. Mai, was das hier war, 5. Mai war das sogar, auf den Tag, sondern ich kann dieses Zwischenhoch nehmen. Die Logik übrigens ist exakt die gleiche, nämlich Schub hoch, wackele ich runter in dieses Mittelfeld. Auch hier, Schub hoch, wackele ich runter in dieses Mittelfeld. Und dann hätte man diesen Zwischenpeak hier schon als einen Einstieg. Die gleiche Logik, aber eben ein früheres Niveau und könnte damit seinen Einstieg nochmal ein bisschen pimpen. Also das ist nicht nur eine Einschätzung, sondern gleichzeitig ein Lehrbeispiel, wie man auf die Charts gucken kann. Wir gucken jetzt mal auf die Amerikaner nochmal ein bisschen und schauen wir mal, was wir hier noch so zu erwarten haben. Im Moment, so die jüngste Bewegung, wenn wir gucken von heute Mittag in etwa, die ist nicht so sehr rosig, allerdings sind wir sehr stark nach oben gekommen. Also auch hier ist natürlich ein Anstieg, der nochmal korrigiert werden muss. Aber, und das kann vielleicht Amerika von Deutschland unterscheiden, diese Aufwärtsbewegung ist, wenn ich mir die mal angucke, und das kann ich ja, ich zoome einfach so lange raus, bis ich quasi diesen Anstieg hier sehe, das ist das. Und wenn ich mir den genauer angucke, sehe ich hier Rücksetzer, da Rücksetzer, da Rücksetzer, hier Rücksetzer, hier Rücksetzer. Die Anzahl macht mich noch nicht kirre, aber die Vielzahl der Kursüberschneidungen finde ich eigenartig. Dieses Tief ist niedriger als das, dieses Tief ist niedriger als das, dieses Tief und so weiter. Es sind immer tiefere als die vorherigen Hochs. Als Beispiel, ganz viele Rücksetzer wäre auch so was, ich mache jetzt mal bewusst ohne jetzt die internen und übergeordneten Wellen, aber ihr seht ganz viele Rücksetzer auch hier. Aber diese und diese und diese, die sind alle voneinander entfernt. Das ist ein typisches Trendverhalten, das ist eher ein Korrektivverhalten. Also ihr seht schon, aktuell bin ich mir da noch nicht so 100% sicher, ob die beim Dauer schon begriffen haben, worum es hier eventuell geht, oder nein, umgekehrt. Aktuell zeigen sie mir, dass sie weitaus weniger gute Laune verströmen, als man das vielleicht beim DAX aktuell hat. Also der amerikanische Markt, der etwas anderes. Und wer jetzt sagt, naja, Amerika läuft doch eh voraus, was die Deutschen machen, oder umgekehrt, die Deutschen denen hinterher. Das stimmt nicht immer. Und zu Zeiten, wo die Notenbanken sehr unterschiedlich unterwegs sind, die Kriegssituation sehr unterschiedlich bewertet wird, beziehungsweise die Bewertung vielleicht nicht so sehr, aber die Auswirkung wird in den verschiedenen Ländern unterschiedlich wahrgenommen, dann ist das natürlich auch nachvollziehbar, dass es nicht immer exakt gleich laufen muss. Na, wir werden es sehen. Für den Nachmittagshandel, muss ich ganz ehrlich sagen, zählt für mich am ehesten das hier. Mal schauen, wenn das sehr wackelig hochgeht, dann wäre es eine Fortsetzung. Warum betone ich das mit dem sehr wackelig? Weil schon die Abwärtsseite nicht so richtig doll ist, denn auch diese hat hier ganz schön Kursüberschneidung, was ich tendenziell nicht so toll finde, ehrlich gesagt. Aber wenn das hier noch klarer Korrektiv ist, dann würde ich sagen, naja, das ist wohl doch deutlich stärker als das. Dann kann man da die Short-Seite nochmal mitnehmen. Also, Rücksetzer nach oben abwarten, um dann da nochmal loszuschlagen, finde ich da im kurzen Bild ganz gut. Ihr seht, hier ist es das Gleiche. Das Süftige, wie man so schön sagt, hier beim S&P Future. ES ist das Kürzel dafür, der S&P 500. Also auch hier diese vielen Überschneidungen. Deshalb bin ich nicht so sehr glücklich. Rücksetzer, auch hier werden allerdings völlig in Ordnung. Unterdings, weil das vielleicht doch korrektiv ist, sogar mit Chancen auf mehr. Also, auch hier wäre vorläufig abwärts, da sind wir ja mit dem DAX gar nicht so weit unterschiedlich unterwegs, abwärts scheint vorläufig eine ganz gute Richtung zu sein. Ob es dann noch deutlich mehr wird, immerhin haben wir hier noch ein bisschen Platz, sogar noch offen hier auf der Abwärtsseite. Das halte ich für realistisch für uns heute Nachmittag. Auch hier möglicherweise eher so etwas. Also etwas, was uns nochmal abwärts bringt. Achtet drauf, Gegenbewegung, so wie wir das ja ganz häufig schon gemacht haben, wäre wohl das Hauptding. Der Dow Jones, hätte ich fast gedacht, nee, der Nasdaq sind wir jetzt hier. Der ist ein bisschen anders unterwegs. Natürlich auch, weil die Tech-Titel da drin sind. Und die machen ja vielen Sorgen, auch gerade was die Zinsfragen angeht. Und ich hatte dazu ja intensiv mit Dr. Jörg Rahn gestern gesprochen. Das Video dazu findet ihr auf Finanzmarktwelt.de und im YouTube. Also wenn ihr wollt, die Aufzeichnung dazu nochmal angucken, dann kann ich euch das dringend empfehlen, dann nochmal einen Blick drauf zu werfen. Da haben wir drüber gesprochen, inwieweit das für die Tech-Titel vielleicht ja doch nochmal eine ganz andere Situation ist. Noch ist das Video nicht da, wird heute im Laufe des Nachmittags oder frühen Abends zur Verfügung gestellt. Schaut euch das gegebenenfalls ebenfalls an. Für die Nahkämpfer hier im Intraday-Handel auch hier erstmal die Abwärtsbewegung, wackelige Aufwärtsbewegung für Fortsetzungen nach unten nochmal nutzen. Das halte ich für sehr realistisch. Die Frage ist allerdings, ich hatte hier das schon so eingezeichnet, eigentlich fände ich die Aufwärtsrichtung noch ganz gut. Also Ziele ungefähr bei 12.900 in etwa beim Nasdaq. An dem Bild hat sich eigentlich nichts geändert. Die einzige Frage ist, macht er jetzt eine Fortsetzung oder dreht er jetzt wirklich und massiv steil nach oben? Dann würde ich ihm im Zweifelsfall noch sagen, das geht. Aber auch hier wieder Überlappungen, dieses Tief niedriger als das, das ist alles nicht gesund. Ich würde sagen, es geht nochmal einmal tiefer und anschließend. Für die Fortgeschrittenen unter euch, das würde dieses Bild nicht stören müssen unbedingt. Ich müsste es nur etwas anders zeichnen, nämlich dann immer noch der Anstieg, aber dann ABC und anschließend die Fortsetzung. Das ist nach wie vor gültig. Stichwort Seitwärtskorrektur. Dabei darf der sogar noch etwas höher sein. Viele kennen das als Flat. Flats haben gerne starke Abwärtsbewegungen gegen Ende. Dann haben wir eine ABC vorne, eine ABC in der Mitte, einen Schub hinten runter und schon haben wir unser klassisches Seitwärtskorrekturmuster und wären wieder absolut entzündend mit dieser Idee vorläufig. Also sieht es eher nach Abwärts aus. Überzeugen würde ich mich sofort lassen von den Bullen, wenn sie irgendwann nachher das machen und nur noch wackelig runter. Ja, dann ist es zumindest mal das, was wir da haben, nochmal auf der Longseite. Sofern wir aber doch nur irgendwie was Krautiges hier wackelig nach oben bekommen, einfach nochmal die Abwärtsseite spielen, halte ich für sinnvoll. In diesem Sinne euch alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag. Das ist das hier in der Mitte. dann ist das hier in der Mitte. Und da ist das hier in der Mitte.